Wie interpretiert eigentlich die Stadt Wien den Begriff Smart City? Ja, wir interpretieren es so, dass wir sagen, wir wollen eine hohe Lebensqualität für alle Wienerinnen und Wiener unter den größtmöglichen Ressourcen Einsparung mit sozialen und technologischen Innovationen. Und wenn ich jetzt da schaue, da sieht man ja keine Menschen. Also für uns ist das Thema, also das ist etwas, wo asiatische Städte mit so hochtechnologischen Maßnahmen werben, für uns ist das immer und gleichrangig auch die soziale Inklusion. Also sprich, man muss die Leute auch mitnehmen mit der Technik, weil es hilft mir nichts, die beste Technik, wenn die Leute sie nicht bedienen können oder nicht haben wollen. Und das ist für uns eben das Thema, Menschen mitnehmen mit der technologischen Erneuerung. Aber das große Ziel ist die Klimaneutralität 2050 oder jetzt mit der neuen Rahmenstrategie 2040.